Ich werde oft gefragt, weil mein Gewicht so schwankt. Manchmal 10, 15 Kilo weniger, manchmal 20 Kilo mehr. Da muss ich sagen, ich habe jede Diät bereits durchprobiert in mein Leben. Ich glaube, ich war in den meisten Diätkuren, von dem Geld rede ich gar nicht, was das kostet, langweilig war es auch und zum Essen kriegt man nirgends was. Das hat einen Effekt. Nach vier Wochen nimmt man 8 bis 12 Kilo ab und nach drei Monaten hat man 12 bis 14 Kilo dazu. Also die Verzinsung ist besser, wie auf jedem Kapitalmarkt. Nein, das ist schlecht. Ich mache es jetzt ganz langsam. Slowly, sagt der Engländer. Ganz, ganz langsam abnehmen und dann einfach das Leben ein bisschen umstellen, trotzdem genießen. Ich bin ja ein Schanky. Ich bin ja süchtig. Ich trinke keinen Alkohol. Ich nehme keine Drogen, aber ich war immer süchtig nach Torten, Kuchen, Milchshakes und sonstigen Scheiß. Ich habe inzwischen ein wenig die Süßigkeiten reduziert. Es gibt viel süßere Sachen im Leben als nur Süßigkeiten zum Essen. Die kann ich euch jetzt nicht erzählen, aber es gibt wirklich süßere Dinge als nur Kuchen und Torten. Glaubt mir. Ganz langsam. Also derzeit habe ich ungefähr 22 Kilo abgenommen. Ich werde weitere, und das verspreche ich mir selber, nicht euch, 5 bis 10 Kilo abnehmen und ich bin verdammt zufrieden. Wenn die Hose rutscht, ist mir das auf der Straße peinlich, aber angenehmer als die klebt am Körper wie ein Ganzkörperkondom. Ich fühle mich wohl dabei. Und irgendwann, wenn ich ganz gut drauf bin, verrate ich euch die süßen Sachen, mit denen man abnehmen kann.